Hey, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Leute mit mir. Ja, heute öffne ich, habe ich so ein kleines Chess-Opening von Clash Royale. Haben sich viele gewünscht, dass ich diese Truhe hier öffne. Die Magietruhe, aber als erstes fangen wir mal mit den ganz normalen Gratis-Truhen an. So, ähm, Gold. Ah ja, einen Clan will ich auch noch machen, aber dafür brauche ich tausend Gold. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch kriegen. Mir fehlen noch 360, circa. Jetzt nicht mehr. Ja, Pfeile haben wir hier. Dann haben wir noch Kobold. Kobold, ja, Kobold. Bogen schützen, ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir nun zu der Truhe. Gold! Wow! 205 Gold? Okay. Nice. Und als nächstes ein Feuerball. Eine Musketierin. Und als nächstes... Acht Bogenschützen. Und? Was ist das? Zwei Riesen. Und zweimal Pekka? Mini Pekka. Und die zweitletzte Karte. 15 Pfeile. Ich hoffe, da ist eine epische Karte drin. Und ich würde sagen, kommen wir nun zur letzten Karte. Und die letzte Karte ist... Bitte irgendwas Gutes. Ein Prinz! Nice! Hä, kann ich das upgraden? Hä, geil! Nice! Wo ist mein Prinz? Hä? Warte! Hä, hä. Oh, ne. Das mache ich jetzt lieber nicht, denn ich habe einfach einen Klang genommen, eben. Um Karten bitten. Das Ding würde ich hier... Hä, Karte auswählen, ne. Äh, soll ich einfach die? Ne, doch. Anfordern. Und jetzt? Wie, ich weiß nicht. Irgendjemand hat mir geschrieben, was das irgendwas bringt. Oh. Nice. Wieso nicht? Ich habe jetzt was bekommen. Aber ich weiß nicht, was das hier bringt. Ich... Hä? Ich habe jetzt einfach irgendeinen Klang genommen. Stroh dumm. Aber ich gehe erstmal wieder da raus. So, du hast den Clan verlassen. Genau. Und ich brauche nur noch 1000... Also ich brauche 1000 Gold. Da fehlen mir noch 35... 135. Genau. Mathekünste. Und ich würde sagen, kämpfen einfach mal. Und dann denke ich mal, mache ich den Clan, wenn ich 1000 Gold habe. Das wird irgendwie im nächsten Video... Im nächsten Clash-Fragal-Video, meine ich. Sein. Ja. Hoff ich einfach mal. Hm. Setzen wir einfach mal den Prinzen und dann... Den Pekka. Dann Kobolde hinterher. Und dann brauche ich jetzt erstmal wieder Elixier, weil ich muss das noch ein bisschen üben, das Spiel halt. Ja. Und warum hat er ein Feuerball? Faschen? Nöhe. Und so. Dann kommen wir da zu den Kobolden. Genau. Die greifen jetzt da den Tower da vorne an. Ja, bitte kriegen die da noch sicherlich, oder? Ja. Haha. Hä? Geil. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir es so hinkriegen, dass wir den bekommen. Was? Ja, geil. Ja, warum nicht, ne? Wenn man den Tower dann schon so kriegen kann. Ist doch gut. Oh nein, da vorne ist ein Prinz. Äh, Ritter setzen wir. Wir würden doch gerne ein paar Bahnen haben. Ich habe auch noch einen Account auf dem Handy. Der ist ein bisschen besser als bei Level 5. Vielleicht kann ich da auch mal spielen. Nehmen wir es einfach mit Airschuhe auf. Das ist ein Krampf halt einfach, ja, zum Aufnehmen. So, jetzt setzen wir einfach mal... Ne, noch nicht, noch nicht. Kein Kobold fast, nein. Die Musketiere sind jetzt zum Heelen, genau. Ich möchte auch natürlich gewinnen. Also muss ich auch verteidigen, ist ja klar. Ach ne, der Riese. Der läuft einfach durch, ist auch nervig. Und jetzt brauche ich erstmal wieder drei Elixier. Dann schafft der Pekka das hoffentlich. Genau, da vorne ist ein Musketierin. Das sollte er auch doch sicherlich schaffen, oder? Ja, easy. Dann packen wir einfach mal einen Kobold fast da hin. Ja, dann läuft der Pekka da gleich mit hin. Und die Kobolde greifen es auch schon mal ein bisschen an. Vielleicht wird das ja was, vielleicht nicht. Oh ja, ups. Äh, wow. Äh, ups. Und, äh, wow. Okay. Och, das geht schon ganz schön lang, dieses Gemetze hier. Gemetze, alles klar. Egal, dieser Kampf hier. So, 60 Sekunden verbleiben. Valkyre. Krieg, kommt der da ran? Kommt die da ran? Oh nein, nein, nein. Ich muss das gewinnen. Beziehungsweise ich will das gewinnen. Ich hoffe, ich gewinne das. Und, und, bitte, bitte, bitte. Ja, die schaffen es, oder? Nein! Als ob. Ich dachte, ich hätte das geschafft. Nein! Ich will die Karte jetzt schnell wieder haben. Ganz flott. Ja, 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 ja. Ja! Nice, gewonnen! Das war drei Kronen. Gegen 360 Gaming, wo es hat gewonnen. Und Goldtruhe. Goldtruhe? Hä? Gut. Auf dem Handy kriege ich immer eine Silbertruhe. Zehn Karten, eine seltene. Was habe ich hier eigentlich? Oh, drei Karten. Auch nur drei Karten. Ja. So, mir fehlen jetzt noch 330 Gold. Ich würde sagen, ich spiele gleich so ein bisschen weiter, damit ich auch die Gold ziemlich schnell voll bekommen. Ja, also dann werde ich im nächsten Clash Royale-Video, nicht im nächsten Video, sondern im nächsten Clash Royale-Video, den Clan, denke ich, machen. Ich weiß gar nicht, wie ich den nennen werde. Irgendjemand hat mir auch in die Kommentare geschrieben, dass er einen gemacht hat. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Na, egal. Auf jeden Fall werde ich im nächsten Video, Clash Royale-Video, einfach einen Clan erstellen, wo ihr dann auch gerne natürlich reingehen könnt. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, damit ihr seht, dass euch das gefallen hat. Und damit ihr nichts von mir verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Max. Tschüss!